Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Immortals Phoenix Rising. Olympische Vereins sind hier, wusste ich gar nicht. Und ein Geist. Ja, wir haben ja im letzten Part, wir wollten hierhin zurück schnell reisen. Im Inventar ist noch was Neues. Phosphor, der Liebesvogel. What the hell is that? Ich sehe, der Vogel zwitschert ein Liebeslied, aber Phosphor tut das zweifellos. Er weiß es auch, wenn die Liebe einmal stirbt, ein neues Feuer entfacht werden kann. Okay, der Kollege ist neu. Ja, wir haben im letzten Part hier, wo war das denn? Die Zuflucht des Eros gefunden. Ja, und dahin gehen wir jetzt wieder, weil da hat es einige Gegner und dort ist eines der beiden Artefakte versteckt, die wir finden müssen. Ja, so. Ich hoffe... Aha. Ja, das ist doch mal ein schöner Fund. Ambrosia. Direkt zum Start des Parts gefunden. Das war blöd. Okay. Oh, fuck. Wie fliege ich schon wieder? Aha. Ich habe vergessen, wie man fliegt. Deine Geschichte ist beendet. Das war mein erster Tod. Und dann so ein Erbärmlicher. Oh Gott. Ich habe eine Woche nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht mal, wie ich fliege. Hä? What the hell? Zeig mir mal hier. Gibt es doch nicht. Ähm... Tastenbelegung. Ne. Äh, hier. Zeig mal. Wo ist denn die Tastenbelegung? Hallo? Steuerung anpassen. Hier. Interaktionen. Gleiten mit R. Ah, ich habe E gedrückt. Ah. Hoppala. Naja. Äh. Ne, hier ist gar kein Artefakt. Kann das sein? Ja. Ja, ja, ja. So, dele. Da hat sie mich den ein oder anderen Gegner. So. Ne, das sind Verbündete. Oder? Ja. Ja, jetzt bin ich hier. Wer ist denn der Gegner? Hier kam ja das letzte Mal Gegner. Als die Kollegen hier waren. Also, meine Mutter war vielleicht eine Nayade und mein Vater ein Gigolo. Aber wenn wir zusammen sind, gehörst du zur Familie. Dankeschön. Jetzt noch mehr olympische Falken. Okay. I'll take that. Hier hat es noch mehr. Ja. Und noch mehr. Da unten ist eine Höhle. Ah. Wenn du aufgibst, sterbe ich. Denk daran. Warum sollte ich aufgeben? Ihr fordert mich heraus. Höhe. Ein Zyklop. Okay. Ähm. Du kommst her, bitte. Dankeschön. Der erste ist erledigt. Ja. Oh ja. So. Nee, aufheben. Los. Oh fuck. Noch mehr. Bitteschön. Hehehe. Und nochmal. Und nochmal. Toi Bain. Los. Oh shit. Komm schon. Meine arme Ausdauer. Weißt du was? Nimm hier ein bisschen Krafttränkchen. Oh shit. Okay. Heilen bitte. Ah, 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 ah. So, jetzt haben wir dich. Komm, gib ihm. Gib diesem hässlichen, einäugigen Zyklopen. Ah. Ausrüstungsvermesserung verfügbar. Du hast genügend Adamant-Scherben gesammelt. Schön. Und was ist die Belohnung? Nichts. Da sind noch Bären, die kämpfen. Okay. Komm her. Kann ich hier irgendwas aufnehmen? Ja, da ist ein Stein. Ah, zack. Und hopp. Sehr gut. Der erste ist erledigt. Ah, 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 ah. Schön langsam. Okay. Ist das kein kritischer Treffer? Na los. So. Hätten wir diesen Kollegen ebenfalls erledigt. Oh, was ist denn hier hinten? Nektar. Blumennektar. So. Das kann ich nicht kaputt machen. Okay. Dann halt nicht. Äh. Da ist noch ein Bär. Da ist noch ein Bär. Er sitzt zufriedlich. Also, meine Mutter war vielleicht eine Nayade und mein Vater ein Gigolo. Aber wenn die zusammen sind, gehörst du zur Familie. Aber wenn die zusammen sind, gehörst du zur Familie. Ich treff die Hälfte der Pfeile nicht. Hilf mir lieber zu kämpfen, Kollege. Schnürschuh. So. So. Nummer eins ist erledigt. Der zweite hat nichts mitgekriegt. Okay. Wir leben für den Kampf und kalt gepresstes Uli. Ja, ja, ja. Fledermausgestalt, von der alle reden. Was für eine Fledermausgestalt. What the hell are you talking about? Oh, Granatäpfel. Wie viel? Sechs Stück. Nice. So, das kann ich irgendwie nicht aktivieren. Das muss ich mir verdienen. So wie es ausschaut. Ich denke mal hier drin. Oder hier irgendwo. Ne. Äh. Ähm. Was muss ich hier denn machen? Weiß es nicht. Ah, ich glaube, das ist da unten irgendwas. Da war noch eine Höhle. Die will ich mir angucken. Ah. Boah, zum Glück bin ich noch gegleitet. Oh, hallo. So. Der erste ist erledigt. Und der zweite auch. Ah. Gucken wir hier erstmal schnell alles kaputt. Äh. Vielleicht gibt's. Ja, es gibt tatsächlich Adamant-Jam, wenn ich hier das Zeugs kaputt mache. Ah. Und. Ah. Eine Kugel. Aber wo kommt die hin? Ah. Oh. 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 Da hinten nämlich. Aber hier hat's doch auch noch ein paar Gegner gehabt letztes Mal, oder nicht? Oder habe ich mich getäuscht? Habe mich getäuscht. Okay. Platzieren wir dich mal hier links oben. So. Das war die Nummer 1. Dann. Ist hier unten vielleicht was? Da ist Gegner. Ah. Hier unten sind die Gegner. Oh shit. Da sind einige mehr noch. So. Weg mit dir. Du elendes Gesindel. So. Der zweite ist weg. Oh. Oh. Yes, baby. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ach shit. Oh ja. Gib ihm. Sehr gut. Ihm auch. Komm. Ach fuck me. Aua. Ja, du dicke Nudel. Ja. Komm nur. Elendes Gesindel hier. Oh shit. Ja, das war... Einer, der nicht verfehlen konnte. Oh, jetzt habe ich dich. Komm. Ja. Und der zweite gleich hinterher. Dankeschön. Und nochmal. Wunderbar. Erledigt. Oder lebt noch einer? Ne, der Fernkampftyp lebt noch, oder? Da hat doch jetzt vorhin gerade einer Fernkampf benutzt. Oder habe ich den... Ah, ich glaube, das war einfach der zweite Dicke. Kann das sein? Kann das sein? Kann das sein? So, nochmal drei Granatäpfel. Hier eine... Ein paar Olympische... Ne, eine Olympische Feige. Entschuldigung. Äh. Warte mal. Da sind noch mehr Granatäpfel. Nehmen wir selbstverständlich mit. Selbstverständlich nehmen wir das mit. Ähm. Was ist, wenn ich hier hochgehe? Ah, da könnte ich da nach drüben gehen. Okay. Habe ich aber Stand jetzt? Kein Interesse. So. Was ist jetzt passiert? Äh. Hä? What? Also da oben... Ist was, hä? Geh mal hoch hier. So. Ah, I got it. I got it, I got it. Jetzt müsste... Ja, guck mal. So. So, jetzt ist er schön... Feurig. Ah, ich hab verfehlt. Oh. Und. Ja. Fein hast du das gemacht. So, Phoenix. Nimm mit die Kugel. Haben wir die zweite gefunden. Das ist, äh, schön. Aber es gibt, glaube ich, sieben oder so. Keine Ahnung. Kann ich gleiten mit dem... Ne, während ich das Ding hier dabei hab, kann ich nicht gleiten. Okay. Kann ich normal laufen? Ja, aber die Aussauer geht weg. Dann renne ich. So, komm, erhol dich jetzt hier. Nimm halt einen Ausdauertrank. Wenn's denn unbedingt sein muss. So. Also, das... Kommt hier hin. Wunderprächtig. Jetzt doch Aussauerpilze. Sauerpilze. Ah, 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 ah. Ist da oben vielleicht was? Nee. Nee, oder? Ah, ah. I doubt it. Da sind noch mehr Granatäpfel. Wunderbar, wunderbar. Noch ein paar Pilze. Was ist denn hier oben Schönes? Zeig mal her. Ah, hier bin ich ja schon mal durchgelaufen. Was ist das hier Schönes? Schon aktiviert. Und jetzt? Äh. Was bringt mir das? Gar nichts, ha? Oder missverstehe ich jetzt etwas? Naja, I don't know. I don't know. Ja. Diesen Aussauerpilz möchte ich gerne mitnehmen. Ja. Jetzt bin ich aber nicht mehr in der Zuflucht, ne? Nee. Boah, da ist doch schön viel Nektar. Nimm mit das Zeug. Komm. Oh. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Äh. Fünfmal. Sechsmal. So. Oh, scheiße. Ja, du schaffst das schon. Boah, wie hätte er jetzt ertrunken. Ha! Dann hätte ich das Let's Play beendet. Hahaha. Aber ich frage mich, was ich hier machen muss, ne? Um hier. Was ist denn hier des Rätsels Lösung? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da leuchtet nur einer von Zweien. Aber warum? Was übersehe ich? What? What übersehe ich? Ich nicht weiß. Ich nicht weiß, diese. Muss doch hier irgendwas sein, oder? Muss ich hier was machen? Nein. Was? Wir sind geliefert. Warum seid ihr eigentlich immer noch hier? Was macht ihr hier? Was ist eure Mission? Machen wir den da kaputt. Komm. Oh. Oh shit. Alter. Blöder Bär. Hör auf, dich zu bewegen. Bitte. Begraben mich beim Tempel der aufgehenden Sonne. Oh. Schon wieder einer. Lol. Okay. Langsam, langsam, langsam. Okay. So. Hat er mich getroffen? Nee, oder? Sehr gut. Sehr gut. Oh ja. Gib diesem blöden Arschloch. Ey. Ich frage mich, warum der schon wieder aufgetaucht ist. Ah, ich habe ja noch so einen neuen Move gelandet, wo ich den wegchecken kann. Guck mal. Und zack. Oh, nee. Komm schon. Das geht nicht. Bin zu blöd. So. Sei Athena. Nicht Ares. Auf keinen Fall Ares. Warum nicht Ares? Warum nicht? Naja. Äh. Ja, aber. Moment. Wenn ich jetzt wieder hier hingehe, taucht er... Äh. Ich denke nicht, dass ich hier draußen so eine Kugel finde, oder? Nee, warum sollte ich da hier eine finden? Wipe. Oh, hier ist noch ein bisschen Nektar. Zwei Stück, besser gesagt. Nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Okay. Ich gehe mal hier nach hinten, weil da ist auch noch eine Kugel versteckt. Ach, Eros. Warum musstest du so ein kompliziertes Rätsel machen? Warum? Was habe ich dir getan, Eros? Okay, da muss es wahrscheinlich brennen. Oh, scheiße. Ja. Und jetzt kann ich rein. Oh, shit. So, komm, wirfen mal das Ding. Jetzt ist da vorne ein Gegner. Lol. Warum? Und ich glaube nicht nur einer, oder? Nee, ist nur er. Jetzt kommen aber noch andere. Cool. Das war gar nichts. Ja. Okay. Jetzt. Ah, ich muss einfach immer seine Lakaien kaputt machen. Und dann kann ich hier ihm Damage zufügen. Oh, der war gut. Oh, yes, Baby. Ey. Komm hoch. Du Vagabund. Äh. So. Hehehe. Okay. Kugel Nummer drei. Wunderbar. Kommt hier rein. So, haben wir drei Stück. Das ist die Frage. Moment. Wenn ich die hier reinlege. Kann ich hier was machen. Und zwar die hier aktivieren. Ja, guck mal. So. Ein Problem weniger. Dich können wir jetzt hier reinpacken. Und so. Du kommst hier rein. Jetzt haben wir noch zwei. Eine weiß ich ja. Ist da oben. Aber wo ist denn die letzte? Ist sie da unten irgendwo? Oh, shit. Jetzt hat's gelegt. Ey, die Frame Drops. Langsam, liebes Spiel. Okay. Ich denke, da drüben könnte was sein. So. Und nach drüben. Oh, mein Kleiner. So ist gut. Okay. Was ist denn hier los? Da unten ist ein Monster. Mit dem möchte ich aktuell nichts zu tun haben. Okay. Hier ist eine Kugel. Aber. Die Frage ist jetzt. Wie hole ich diese Kugel? Was muss ich machen? Eros, was hast du vor mit mir? Oh. Hallo. Ja, das sind ja einfache Gegner hier. Ja. Okay. Das ist da mal Pilzchen. Ich fesse mal noch einen Apfel. Dann habe ich wieder full life. Oh, hier hat's ja noch mehr. So. Sehr gut. Hier oben ist noch ein Kollege. So. Okay. Und jetzt stehe ich hier. Und wenn das weg geht. Muss ich wahrscheinlich irgendwo einen Pfeil hinschießen. Ah. Moment. Moment, 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 Moment. So. Und hopp. Geht das? Ne, das geht nicht. Geh mal nach drüben, Phoenix. Ich glaube, ich muss das zuerst kaputt machen und dann den Pfeil da reinschießen. So. Guck mal. Ja, wenn das weg geht, kann ich wahrscheinlich die Zielscheibe abknallen. So. Ah, ich bin intelligent. Holy shit. Das hätte ich nicht erwartet. Das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. So. Oh shit. Da war ich wohl ein bisschen zu früh. So. Und jetzt da schön rein. Und zack. Und rein. Los, 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 los. Geht wahrscheinlich nicht ewig. So. Erledigt. Jetzt muss ich nur noch nach drüben gehen. Irgendwie. Und die Kugel da platzieren. Ähm, ich werfe die mal da nach drüben. So. Ja, schöner Schuss. So. Und ab geht's. Ab geht die Post. So. Und hoch mit dir. Und rennen. Das schaffst du, Phoenix. Das ist jetzt nicht so anspruchsvoll. Komm, komm. Hopp, hopp. Job, Job, mein Kleiner. So. Okay. Machen wir hier. Alrighty. Die letzte Kugel. Das ist die, die da oben ist. Das ist die Kugel, bei der ich nicht weiß, was ich zu tun habe. Hm. Das sind gute Voraussetzungen. Warte mal, was ist denn da? Was ist das hier für ein Durchgang? Hier ist gar nichts. Cool. Alright. So, meine Lieben. Schon wieder? Warum? Ah, warte. Moment. Dieser Schnellangriff. Lass mich diesen bitte machen. Was ist denn jetzt? Saga passiert mit dem Busch. Lol. Komm her, mein Kleiner. Ich bin, ja, ich wollte eigentlich ausweichen. Hat nicht funktioniert, wie geplant. I know. Komm her. Ja, das ist gut. Komm schon. Ey. Die Beam, habe ich gesagt. Komm schon. Hallo. Oh, shit. Komm jetzt. Ja, geht doch. Und erledigt. So. Und die Krieger sind alle weg. Ist das irgendwie ver... ...verpackt oder so? I mean... Okay, das kann ich nicht kaputt machen. Das ist schon mal... ...die Frame Drops. Oh, nee. Ist es abgestürzt? Nee, ich habe nicht gespeichert. Ich will das Ganze nie nochmal machen. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Das akzeptiere ich nicht. Das Spiel ist gecrasht. Nee, mach nicht diesen. Bitte. Mach. Nicht. Diesen. Nein, come on. Task Manager. Was zeigt der Kollege mir an? Hallo. Es ist gecrasht. Tatsache. Ja. Ja, ich muss das Spiel zwangsschließen. Und dann wahrscheinlich alles noch einmal machen. Außerhalb des Videos. Cool. Echt cool. Ja, dann war es das für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.